Und du kennst das vermutlich, bist du eine Einheimische, oder? Wie heißt du? Ich heiße Karin. Karin, woher? Ich bin aus Fliers. Fliers, ja. Das weiß ich noch vom Militär. Ich habe die Kontrastbildung gemacht. Da haben wir unten bei mir einen Löcher-Schützengräben. Genau. In der Fliers auch. Genau. Und da wohne ich. Ah, da wohnst du, ja. Dann, haust du auch einen Musikwunsch? Mhm. Ich hätte gerne von den Mädels von jung und frisch einen Walzer. Gerne. Kathrin? Was machen wir? Katharina. Katharina? Wir spielen dieses Stickel Bin ich da nicht gerecht. Das ist von einem Bohrer, von Andreas Winkler. Das ist schon so ein junger Musikant wie mir. Und der hat uns das Stickel zur Verfügung gestellt. guht? Warum? Das ist schon so ein junger Musiker. Ich habe das mal junger Musiker. Musik 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 Musik